Herzlich Willkommen Büros zu einem neuen Video bei mir. Heute testen wir mal das X-Game von X-Blade. Eine Neuheit von diesem Jahr. Hier nehme ich dich drauf. 41 Gramm. Soll ich mal aufmachen? Ja, mach mal auf. Für wie viel hast du denn das Set erworben? Genau für 2,60 Euro. Verschiedene Sacken enthalten. Spinny. Spanball. Achso ja. Trackingball. 50 Mal Flash. Wenn du das Tor hast. Start schon. Die Blitz. Das ist die Feuerring. Oh das sind super. Die anderen Kreisel. Ja. Das ist nur die Mal. Die Tränen für jeden Fall noch. Die sind geil. Die sind echt geil. Ne? War das jetzt? Ja, den war Spinny. Spinny. Oh. Hä? Achso. Die sind bestimmt so. Die Blink. Da stehen 2. 2 Mal steht da drauf. Achso. Achso. Das sind hier. Na richtig. Die Mordflinkbälle. Ja. Das gibt's. Das sind ja die beiden Feuerringen. Genau. Also hinlegen. Schnellen beide gleichzeitig, oder? Ja. Noch ein bisschen. Kannst du die Hälfte? Das sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Ja. Schöner Effekt auch am Anfang. So. So. Weiter geht's. Machen wir. Ja. Mach gleich die Kreiselbelle. Hä? Und das? Das ist auf jeden Fall zu dir falsch bemessen. Hm. Und? Was denkst du? Kükelchen oder Meteorien? Kükelchen. Wenn es sind. Kükelchen. Das ist ja schön. Du könntest mal einen hinlegen und den haue ich schon mal hoch. Ja. Auf jeden Fall. Geil. Schöne Queckling-Dinger. Müsse wie der Wege-Rotz. So. Weiter geht's. Blitz. Also zwölf Stück enthalten. Soll ich das jetzt sein. Nee. Na. Alles war. Das weiß-Ding. Ja. Nee. Meteorien. Jetzt nehmen wir gleich mal. Machen wir eine Einzelne und dann. Ja. Das klingt nicht. Ja. Und die Flash. Jetzt kommt noch das beste. Fläsch. Gibt es wirklich Sinn? Eigentlich nicht. Wenn wir reingucken, dann sind wir sicher Knallabsen. Hm. So. Ja, das waren wie gesagt Knallabsen. Das müssen wir ja nicht mit dem finden. Das brauchen wir nicht. Ja, da haben wir ja schon alle Artikel durch. Ich würde sagen, ein guter Artikel dabei. Auf jeden Fall ein guter Preis. Kann man es wirklich. Kann man holen. Und das Highlight finde ich süß. Ja. Ist ja nicht überall. Generäle bei Spuren. Genau. Auf jeden Fall ein empfehlenswert. Ja, das hat ein Knallabsen. Auf jeden Fall ein gutes Set. Würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Das ist ein Like da. Genau. Halt rein.